Ja hallo und herzlich willkommen liebe Community hier bei einer weiteren Folge des Stationeers Tutorials mit mir dem Krissel-Schnizzel und heute geht es mal um eine Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage war die, wie kann man automatisch das Licht in der Basis an- und ausschalten? Nun, es wurde natürlich eine IC10 Lösung gesucht, aber ich sage euch auch ganz ehrlich, es geht viel schneller mit ein paar Logikbauteilen. Das habt ihr rucki zucki, habt ihr das aufgebaut und euer Licht geht automatisch an, wenn es dunkel wird. Das ist die Schaltung hier und bei dieser Schaltung braucht ihr einen Lichtsensor, den müsst ihr auch gut benennen, falls ihr andere Lichtsensoren im Netzwerk habt. Ich habe den jetzt genannt Lichtsensor Hallenlicht, dann haben wir hier eine Verbundschreibeinheit, das ist die, die dann die ganzen Lampen anschaltet. Wir haben eine Compare Unit, wir haben einen Logic Reader und wir haben ein Memory. So, den Memory, den beschriften wir halt, Memory Hallenlicht, damit wir wissen, dass es der vom Hallenlicht ist und da schreiben wir den Wert 1 rein. Da könnt ihr einfach, nehmt euch einen Schraubenzieher, Schraubendreher und macht hier einfach ein 1 rein oder ihr könnt natürlich auch wie immer den Schreiber nehmen und könnt hier drauf halten und könnt dann hier eine 1 eintragen und das bestätigen. Dann habt ihr den auf 1 gesetzt. Wie ihr das verkabeln müsst, das seht ihr hier, wie ich immer so schön sage. Die Logic Reader und die Logic Writer oder Batch Writer haben jeweils drei Anschlüsse, links und rechts und oben und die Compare Units haben unten rundherum, also überall haben die Leitungen. Und wenn ihr das so aufbaut, wie ich das hier aufgebaut habe, dann funktioniert das Ganze. Von hier kommt der Strom von hier unten und der geht hier dann in der Wand lang und geht dann hier zu den Lampen. Und irgendwo geht er dann runter und da kommt der Strom hoch zu den Lampen und die Leitung geht hier hoch, dass alle Lampen, die hier in dem Raum sind, ja die kennt ihr ja alle schon, ich habe ja hier überall Lampen, dass die alle verbunden sind mit dieser Schaltung. Und jetzt zeige ich euch, was passiert. Also, wir lesen als allererstes erstmal mit dem Logic Reader den Lichtsensor Hallenlicht, den da, den lesen wir aus und als Variable nehmen wir Activate. Und wenn wir diese Variable Activate benutzen, das bedeutet, dass der Lichtsensor, wir können uns den ja nochmal schnell im Stationpedia angucken, dass der uns sagt, wenn die Sonne aufgeht. Also, wenn wir Sonnenaufgang haben, ja, da seht ihr hier Activate, da gibt es dann halt verschiedene Modis, die der noch kann. Ja, kennt ihr ja, Solar Angle und Vertical und Horizontal, das haben wir ja alles schon beim Solartutorial gemacht, aber jetzt geht es ja erstmal ums automatische Licht und da gibt es unter anderem diesen Punkt Activate. Und dieser Activate Wert wird gesetzt, wenn Grid Sunlight herrscht. Da steht Grid Sunlight, ja, seht ihr, da steht Yes. Das heißt, die Sonne ist da, die ist ja hier irgendwo, da ist sie. Ja, das heißt, da guckt die Sonne drauf und ja, wir haben gerade Sonnen, nein, einen Tag. Wir haben Tag, die Sonne scheint. Und was wir jetzt machen ist, wir lesen erstmal den Wert aus, unter anderem Hallenlicht, also vom Logic Reader Hallenlicht. Also, nochmal, wir lesen vom Lichtsensor Hallenlicht den Wert Activate aus, ja, und den sehen wir hier dann auch, der hat dann in dem Fall eine 1, ja. Es ist ja Sonne da, also hat der eine 1. Nochmal, Input ist der Hallenlichtsensor und als Variable nehmen wir Activate. Was wir jetzt machen ist, wir vergleichen diesen Wert in einer Compare Unit mit dem Memory. Das heißt, als Input haben wir den Logic Reader Hallenlicht, das ist der da. Als Verarbeitung haben wir weniger, also less und dann als zweiten Eingang sozusagen haben wir dieses Memory, ja, Memory, Logic Memory Hallenlicht. Das bedeutet, diese Compare Unit dreht eigentlich nur dieses Signal um, ja, also dieses Grid Signal Yes wird hier in ein Grid Signal No umgewandelt. Da seht ihr, logischer Vergleicher, Wert 0. Wenn jetzt die Sonne untergeht, dann wird irgendwann der Hallen, der Lichtsensor Hallenlicht, wird merken, oh, die Sonne ist weg. Und dann wird dieser logischer Vergleicher einen Wert 1 haben. Ist ja logisch. Logischer Vergleicher hat eine 1, 1 weniger, 1 ist 0. Ja, also, wenn du von 1, 1 abziehst, bleibt 0 über, ja, logischerweise. Also hat der den Wert 0. Und wenn jetzt die Sonne untergeht und ich habe das glücklicherweise so getimt, dass die Sonne gleich verschwunden ist, dann wird der hier eine 1 haben. Und dieser Batch Writer, und das muss auch ein Batch Writer sein, denn ihr wollt ja alle Lampen damit steuern, der hat als Input diesen logischen Vergleicher. Und als Variable natürlich on, weil wir wollen das Licht hier an und aus machen. Und der Output Type sind ja die Wandleuchten lang breit. So heißen meine Wandleuchten. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit dem selben Typ von Lampen. Ja, wenn ihr gemischte Lampen habt, müsst ihr für jede Lampe eine entsprechende Verbundschreibeeinheit verwenden, also einen Batch Writer für jeden Typ Lampen. Aber wenn ihr nur eine Sorte Lampen habt, so wie ich, dann könnt ihr das so machen. Dann steht hier oben, Wandleuchte lang breit. So, und jetzt gucken wir mal hier. Der hat immer noch den Wert 0. Die Sonne ist noch nicht ganz weg, auch wenn die Satellitenschüssel im Weg ist. Da sehen wir jetzt, irgendwann wird hier ein No stehen. Und dann seht ihr hier unten auch schon meine Lampe in der Halle. Die wird dann jetzt gleich angehen. Also nochmal, wir nehmen diesen Wert 1, Sonnenlicht ist da, ja, 1. Drehen den in dieser Compare hier, also lesen den erstmal aus, drehen diesen Wert um auf eine 0 und geben das dann aus. Also wir machen genau das Gegenteil von dem, was hier steht. Also wenn hier Grid Sunlight Yes steht, müssen unsere Lampen aus sein. Und wenn hier Grid Sunlight No steht, muss hier Yes sein, müssen die Lampen an sein. Ja, genau. Jetzt geht die Sonne langsam unter. Wir gucken mal, wir sind schon bei 81 Grad. Das heißt so, ich glaube bei 90 oder so wird sie dann getriggert. Das werden wir gleich sehen. Und wir gucken hier mal auf diese Einheit. Wir gucken mal, ob wir rechts sehen, wir die Lampe. Genau, die sehen wir noch. Also hier, ne, seht ihr die Lampe noch? Wenn ich jetzt hier so drüber gehe, dann seht ihr, logischer Vergleicher hat den Wert 0. Und der wird jetzt gleich den Wert 1 haben. Jetzt hat er den Wert 1, weil die Sonne ist weg und das Licht ist an. Ja, so. Und hier, der hat hier Grid Sunlight No. Kein Licht mehr. Ja. Und da drüben geht auch das Licht an, habt ihr gesehen. Das geht automatisch an. Und so wird euer Licht jetzt automatisch in der Nacht angeschaltet und am Tage wieder ausgeschaltet. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ihr eine Basis habt, so wie ich die habe, mit einem Glasdach. Weil am Tage ja hier das Sonnenlicht reinleuchtet. Aber wenn ihr natürlich eine unterirdische Basis habt, wollt ihr das natürlich nicht haben. Ist ja klar, ihr wollt ja nicht, dass wenn es draußen dunkel wird, auch nur eure Basis dunkel wird. Ja, das wäre ja Blödsinn. Aber bei so einer Basis, wie ich sie hier habe, könnt ihr das Ganze hier wunderbar managen mit diesen paar Bauteilen. Dafür braucht ihr gar keinen IC10-Code. IC10 machen wir auch noch. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir werden noch einiges an IC10-Codes basteln. Ich habe ja auch ein bisschen was in meinem Let's Play schon gezeigt. Das könnt ihr ja auch verwenden. Und habe das auch super einfach erklärt. Und ja, ihr müsst mir mal schreiben, was ihr so haben wollt. Ich habe schon gelesen, dass ihr geschrieben habt, ja, so Grundlagen, IC10-Programmierung. Naja, aber es macht keinen Sinn, euch die Befehle zu erklären, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie umsetzen wollt. Also müsst ihr mir mal genau ein Beispiel sagen, was genau wollt ihr mit dem IC10 machen? Was ist eure Idee? Beziehungsweise, was wollt ihr überhaupt machen? Und geht das überhaupt mit dem IC10? Ich stelle mir da sowas vor wie Steuerungsräume, womit man halt zentral Licht an und aus machen kann. Zentral die Filtration an macht. Die Filtrationswerte, also die Prozentzahlen der Filter, dass man weiß, ob die verbraucht sind. Das habe ich aber auch schon im Let's Play gezeigt. Müsste einfach nur gucken. Und ja, die Stromgeschichte, die ich hier unten habe, die kennt ihr ja auch. Ich gehe nochmal rein, dann zeige ich es euch nochmal. Ich habe ja hier meine ganz einfache Anzeige. Also man muss das jetzt nicht wahnsinnig kompliziert machen. Hier habe ich ja meine ganz einfache Anzeige, wie viel Leistung kommt von den Solarzellen rein. Solar Ladeleistung und das hier ist der Basisverbrauch. Was verbrauchen wir jetzt wirklich an Leistung? Und damit haben wir halt den Vorteil, dass wir immer sehen, haben wir genug Ladeleistung. Ja, wenn ich hier zum Beispiel auf der rechten Seite einen Basisverbrauch von 10 Kilowatt habe und ich habe nur eine Solarladeleistung am Tage bei höchstem Sonnenstand von 5 Kilowatt, dann ist natürlich klar, jeder Mensch kann rechnen. Dann seht ihr, oh, ich verbrauche zu viel oder ich verbrauche mehr, als ich reinschicke in die Batterien. Also ich gehe in die Batterien leer und ich werde irgendwann ohne Energie dastehen. Und damit, mit dieser Technik hier könnt ihr wunderbar, auf einen Blick könnt ihr sehen, das geht rein, das geht raus, wo ist mein Problem. Wenn hier weniger steht als hier, braucht ihr natürlich mehr Solarzellen, ist ja klar, weil eure Ladeleistung zu gering ist. Und wenn es umgekehrt ist, ist es nicht schlimm. Wenn hier mehr steht als hier, dann ladet ihr mehr, die Batterien hat es hier verbraucht und ihr seid safe. Also das mal als Hinweis, jetzt natürlich 0 Watt, weil wir natürlich keine Sonne mehr haben, ist ja logisch. Und das habe ich auch schon mal in einem meiner Tutorials erklärt, wie das geht. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe euch diese Schaltung schon erklärt. Hier hinter sitzt ein EC10-Chip. Wir können ja mal reingucken. Da sitzt der EC10-Chip, ja. Der Code ist eigentlich auch total simpel. Ich kann ihn ja nochmal rausnehmen, den kann ich euch nochmal zeigen. Also hier unten haben wir zwei Cable Analyzer. Wir haben einmal den auf der Entlade-Seite. Also da, wo die Energie quasi aus den Batterien rauskommt. Und da in der Ecke ist einer in der Solarleitung. Das heißt, da sehen wir, was reinkommt von den Solarzellen. Und das sind diese beiden Werte. Die werden im EC10-Chip verarbeitet. Ich zeige es euch nochmal. Es ist natürlich, ja, eigentlich im Tutorial schon erklärt worden. Aber ich kann es euch ja nochmal erklären. So, Import. Und da sehen wir das ganz einfach. Wir haben den Analyzer für die Lade-Seite. Wir haben den Analyzer für die Entlade-Seite. Wir haben die Entlade- und die Ladeanzeige. Also wie viel nehmen wir raus? Wie viel geht rein? Und dann haben wir hier zwei Register. Das ist einmal die Energie der aktuellen Ladung. Also wie viel laden wir gerade? Und das ist das Register für, was entladen wir gerade aktuell? Dann haben wir hier den Loop. Also quasi den, ja, den, den, naja, den Loop halt. Wir werden schon wissen, was das ist. Also die Schleife sozusagen. Und wir warten als allererstes mal. Und dann laden wir den Wert, also in das Register Power aktuell Ladung. Also dieses Register hier, ja, das ist sowas wie eine Schublade. Da laden wir aus dem Analyzer auf der Ladeseite, den 0, laden wir seine aktuelle Power. Also was geht da aktuell durch, ja, an Energie? Und das ist halt unsere Ladeleistung. Was kommt von den Solarzellen? Als zweites machen wir das Ganze auch für die Entlade-Seite. Wir schreiben in die Variable Power aktuell Entladung. Das ist die hier. Das ist auch wieder eine Schublade. Da packen wir den Wert rein der Entlade-Seite. Also was ziehen wir aus den Batterien gerade raus? Und dann setzen wir mit dem Befehl SD2, also da könnte man jetzt auch hinschreiben Entlade-Anzeige anstatt D2. Ja, deswegen haben wir das ja hier oben definiert. Aber D2 ist schneller. Setzen wir diese LED-Anzeige auf den Modus 2. Das heißt in Prozent, Quatsch, in Watt. Und dann setzen wir D3, die Ladeanzeige, setzen wir auf diese Werte, die wir hier abgespeichert haben. Das heißt, die aktuelle Ladeleistung liegt ja an diesem Register 0. Das heißt, das zeigen wir hiermit an D3, an der Ladeanzeige. Das muss man dann Setting nehmen, R0. Also das heißt, schreibe an den Pin 3, also an die Ladeanzeige, das Setting von R0. Das heißt, wie viel Energie haben wir aktuell oder wie viel Ladeleistung haben wir aktuell. Das Ganze machen wir auch für R1 und natürlich dann in dem Fall hier D2. Also wir wollen an der Entladeanzeige natürlich auch noch anzeigen lassen, was haben wir an aktueller Lade- und Entladeleistung. Und das ist ein ganz einfaches IC10-Programm. Wir definieren uns hier oben unsere Pins und unsere Schubladen, unsere Register. Und hier im Loop, also im Schnupi-Kreis hier, da passiert der ganze Code. Und wenn das hier durch ist, steht hier Jump Loop. Das heißt, wir springen wieder hier hoch und fangen wieder von vorne an, das anzuzeigen. Das ist ganz einfaches Tennis. Simple as hell. Und ihr seht auch, hier passiert jetzt nichts mehr, weil der Chip fehlt. Das heißt, wir werden den jetzt hier wieder einsetzen. Und da sehen wir wieder unsere Entladeleistung, 6000 Watt teilweise. Aber das ist nicht schlimm, wir schieben ja 12 rein. Also können wir auch 6000 Watt verbrennen. Die meisten Leute sagen dann immer zu mir, ja Chris, hier 6000 Watt. Und du kannst ja dann auch mal ein bisschen Energie sparen in deiner Basis. Aber da sage ich mir dann, warum? Ich möchte doch auch hier leben in dieser Basis. Das heißt, ich möchte es schön haben. Ich möchte es hell haben. Ich möchte es warm haben. Ich möchte meine ganzen Geräte um mich herum haben. Und die brauche ich ja, um hier zu überleben auf dem Mars. Also warum sollte ich Energie sparen? Ich erzeuge das doch, die Energie. Also kann ich sie doch auch verwenden. Nichts ist schlimmer, als in einer kalten Bude zu sitzen und 50 volle Batterien zu haben. Das bringt einem ja dann auch nichts. Also gut, das war es zum Thema automatisches Licht an, aus und hier Ladeschaltung oder Lade- und Entladeanzeige. Das habe ich jetzt in meinem normalen Let's Play Save Game gemacht, damit es einfacher und schneller zu sehen ist. Und wir haben natürlich auch im Let's Play schon behandelt hier die Geschichte mit den Prozentzahlen für unseren Filterverbrauch. Also ich weiß nicht, ob ich die Folge schon veröffentlicht habe, aber wenn nicht, könnt ihr dann jetzt mal drauf warten oder könnt drauf warten, dass wir halt sehen, der hat zum Beispiel jetzt 89 Prozent. Das stimmt ja, der hat 88, schieß mich tot Prozent. Ja, das ist die, sage ich mal, der Verbrauch der Filter. Und damit sehen wir halt immer, auf wie viel Prozent sind die Filter. Der hat hier offiziell 87 Prozent, das hat er wirklich, steht hier oben 87 Prozent. Wird hier über diesen IC10-Chip gemacht. Ein IC10-Chip kann immer jeweils zwei Tanks versorgen. Das heißt, hier habe ich alles schon vorbereitet für die restlichen Tanks. Und damit habt ihr eine Prozentanzeige, wie weit eure Filter schon verbraucht sind. Das ist ein IC10-Code, ganz interessant, habe ich im Let's Play schon gezeigt. Wenn das Video noch nicht veröffentlicht ist, nun, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ja, aber da kann ich euch schon mal darauf hinweisen, dass das auf jeden Fall auch kommt. Und wir haben natürlich auch wahnsinnig an der Furnace rumgebastelt. Ich glaube, das Video ist auch noch nicht veröffentlicht, aber hier hinten seht ihr, hier ist schon ein bisschen was passiert. Und ja, das gucken wir uns dann natürlich im Let's Play an, da will ich gar nicht so viel verraten. Aber ihr könnt es schon mal ein bisschen teasern. Freut euch auf die Let's Play-Folgen, die ich da noch habe. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 120 Folgen oder so. Also, ja, das wird auf jeden Fall noch ein Spaß. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ich erkläre euch ein bisschen was über Stationiers. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch fleißig Daumen nach oben machen und natürlich abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ein neues Video von mir draußen ist, speziell in dem Fall jetzt aktuell Stationiers. Das Spiel hat mich natürlich total angefixt und macht wahnsinnig viel Spaß. Und wir werden natürlich irgendwann auf einen anderen Planeten umziehen und dann wird es noch viel krasser. Das kann ich euch sagen. Dann wird es nicht mehr so einfach werden. Auch für mich nicht. Der schon viele hundert Stunden Stationiers geschafft hat. Ja, und dann kommen wir vielleicht weiter. Wenn ihr abonniert und Kommentare schreibt und Daumen nach oben macht, dann steigen wir im Ranking bei YouTube. Werden vielleicht öfter gezeigt. Und vielleicht finden dann noch mehr Leute zu uns in den Stationiers-Dschungel. Auch hier nochmal der Hinweis, das Ganze ist nicht monetarisiert. Ich bekomme kein Geld, nehme auch kein Geld. Ich werde auch niemals monetarisieren. Also ich mache diese Aufrufe nicht, um mehr Geld zu verdienen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.